Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Wir werden anscheinend losgeschickt. Ich hoffe, dass ihr bereit seid. Das hoffe ich auch. Ihr werdet mein Schildbruder sein. Sagt man mir zumindest. Mal sehen, ob ihr mich beeindrucken könnt. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Dein Gefährte ersetzt deinen Begleiter und sie wartet jetzt zu Hause. Okay. Könnt ihr mir beibringen, mich in schwerer Rüstung besser zu bewegen? Was ist Wutrat? Oha. Okay. Und weshalb hat Skjordis meine Prüfung genannt? Wenn ihr ehrenhaft und stark seid, kann ich euch Bruder nennen. Ehrenhaft, okay. Wir treffen uns beim Staubmannsgrab. Wer war dieser Gelehrte? Ein kluger Mann hat uns von einem Klingenstück erzählt. Ja. Skjord glaubt, ihr sollt es finden. Und ich soll auf euch aufpassen. Okay. Ja, nee. Wir laufen ja zusammen los, ne? Könnt ihr mir etwas beibringen wegen schwerer Rüstung? Ich zeige euch, wie ihr euch am besten schützt. Ja, wir würden ein paar Punkte dazu bekommen, ne? 210 Gold kostet uns das jetzt am Anfang. Ich meine, wir könnten es ja mal machen, ne? Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Fünfmal. Okay. Wir haben eine neue Stufe. Fünfmal. Und mehr geht jetzt nicht, ne? Nee. Steige deine Stufe auf, um das Training fortzusetzen. Okay. Nee, das reicht erstmal. Mhm. So, und wir gehen jetzt gemeinsam los. Das heißt, du bist einfach nur mein Begleiter. Okay. Meine Güte. Jetzt geht es aber los. Erstmal die neue Stufe. Ich hätte gerne mehr Gesundheit. Ja, bitte. Wir brauchen mehr Gesundheit, damit wir überleben. Wir haben zwei Punkte. Die könnten wir jetzt irgendwo einsetzen. Das werden wir uns aber aufheben. Wir gucken doch mal bitte auf der Karte, wo wir jetzt als erstes hin müssen. Ach, hier rüber müssen wir. Bringe das Fragment in deinen Besitz. Da staubt man Skrapia. Das ist doch... Gehen wir erstmal... Achso, ich darf von hier aus nicht schnell reisen. Dann machen wir uns mal auf den Weg, ne? Machen wir eine Gefährtenaufgabe? Es ist gar kein Problem. Wir müssen nur hier rausgehen und dann dürften wir zur Festung Graumor schnell reisen. Die Festung haben wir ja, ich glaube, nicht ganz gecleared, ne? So könnte man es ja sagen. Nee, das passt aber. Das sieht gut aus. Sieht das gut aus. Meine Güte, da gehen wir jetzt mit Farkas hier los. Der sieht aber auch mächtig aus. Eieiei. Ja, dann wollen wir mal. Wir müssen hier runter und uns dann links halten, ne? Wenn ich es jetzt recht in Erinnerung habe. Das ist halt so stark. Oh, nee. Oh Gott, Farkas. Ja, versteck dich mal. Oha. Der hat uns gesehen. Das ist jetzt ein Witz. Oh, 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 oh. Nee. Tatsächlich. Es ist ein Drache. Farkas, kommst du? Ich weiß gar nicht, was er da hinten macht. Jetzt rein. Boah, ach du Schande. Okay. Das kann ja was werden. Ja, das finde ich auch. Aber die Frage ist halt nur, was macht der denn da hinten wieder? Greift der jetzt andere Personen an? Oder was macht der? Schon wieder am Turm ein Drache. Das ist ja... Warte mal. Gib uns mal bitte ein Gift. Was haben wir denn? Dann zieht dem Ziel 15 Punkte Gesundheit. Ja. Auf kaiserlicher Bogen. Ja. In der Waffe selbst. Wir müssen den Bogen aufladen, ne? Wir haben... Klasse. Wir haben nichts, um es aufzuladen. Schade. Oh, guckt euch den Drachen an. Aber irgendwie hat er keine Lust, ne? Oder? Irgendwie, glaube ich, hat er nicht so wirklich Lust auf uns. Boah, der sieht aber mächtig aus. Was war das denn für ein Kunstlook hier? Das ist ja wie... Das sieht gut aus. Ich weiß nicht, warum er nicht runterkommt. Warum kommst du nicht runter? Komm runter. Ah, ich dachte, das bewirkt irgendetwas. Und die sagt noch, warum kommst du nicht runter? Oh Gott, gib uns schnell einen Trank der Feuerresistenz und... Drei Heißhäuser. Jetzt hat er Lust, der Drache. Und er nimmt kaum Schaden. Ach du jemini. Das... Das kann ja nicht Spaß werden. Boah, da kommt er runter. Farkas, wo bist du, mein Freund? Boah, shit. Boah, warum kommst du uns hinterher? Alles gut sein. Boah, Wahnsinn. Wie sollen wir uns denn bitte gegen so einen Drachen werden? Danke, Farkas, dass du auch nochmal kommst. Mit einem Happen sind wir gleich weg. Wir haben kaum Feuerresistenz. So, jetzt darfst du aber, Farkas, bitte. Ich hoffe, dass Farkas ein bisschen mehr ausfällt, wie die hat. Aber ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, es geht sogar, ne? So gut sieht er auch nicht aus der Farkas. Huh, gib uns bitte noch einen Halt rein. Weil das ist schon... Das ist eine fiese Sache. Ja, nee, sicherlich. Ihr seid so gut wie tot. Boah. Ja, super. Wir können ihn doch nicht mal unterbrechen oder so. Was bringt uns denn da runter? Ich meine, gesehen hat er uns so oder so, ne? Der geht aber gleich zu Boden, der Farkas. Wir müssen aufpassen, dass er nicht stirbt. Das ist halt. Immerhin, ein Drittel haben wir. Gefühlt. Farkas, wie geht's dir? Ja, nicht so gut, ne? Da brennt er hier in einem Fall nochmal nieder. Boah. Na, willst du nochmal landen? Ja, er landet auch nochmal. Farkas, steh da bitte nicht so rum, sondern tu etwas. Ja, da ist Farkas auf dem Boden. Sag ich doch. Ja, genau. Bleib in der Luft oder so. Lass dich abschießen. Das wär mir ganz lieb. Ja, jetzt müssen wir uns die ganze Zeit verstecken, ne? Farkas, wie geht's dir? Ja, dem geht's gut. Dem geht's gut. Der ist nicht hops. Was machst du denn da hinten jetzt wieder? Boah, diese Musik, ne? Die ist halt episch. Ach, verdammt. Jetzt geht er da unten wieder zum Boden. Was machst du da bitte, Drache? Der hat irgendwas gefunden, was er verbrennen kann. Oha, hier brennt jetzt alles. Solange wir ihn treffen, ist das gar kein Problem. Wer hat er da jetzt getötet? Ich weiß es leider nicht. So, kommst du runter? Ne, natürlich nicht, ne? So, aber was, was machst du? Was sind das für Kunstflüge? Also, irgendwann stimmt da nicht. So viel steht fest. Jetzt hat er wieder irgendwas anderes bekommen. Ja, genau. Das möchten wir natürlich auch. Aber die Frage ist halt, wie. Boah, blendet die Sonne. So, kommst du jetzt hier runter? Ich glaube, der hat irgendwie ein Weg für uns Problem, oder? Ah, wer sagt's denn? Boah, Moment, Moment. Trank der Feuerresistenz, ne? Ja, dankeschön. Boah, wir sind so gut wie Hops, ne? Das ist ja Trank der Heilung. Wir können halt nix machen. Der Ruh, weiß ich nicht. Das ist auch nicht so meins. Aber wir haben ihn gleich. Wir haben ihn schon auf, äh, ja, 50 Prozent knapp. Aber so ganz richtig ist das nicht, ne? Jetzt verbrennt er da wieder irgendwas da an der Festung. Aber er sieht wundervoll aus. Aber er ist ein harter Gegner. Er ist echt ein harter Brocken. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass wir... Sondern wie fliegst du denn da? Sondern das ist ja... Okay, dann gehen wir halt auch zur Festung. Wenn's nicht anders funktioniert, dann bitte. Wenn er da am Rumspielen ist. Wir sind falsch gelaufen. Oder ist er jetzt doch wieder woanders? Ne, irgendwie nicht. Der mag die Festung. Der rüstet da gerade alles. Dann bitte. Wenn du die Festung magst, dann bitte. Boah, hör mal. Erschreck mich bitte nicht so, wenn du so einen Sturzflug hier auf uns machst. Ah, wer sagt's denn? Farkas wieder auf dem Boden. Ist okay. Boah, guckt euch das an. Wir müssen ja jetzt nur aufpassen, dass wir Farkas nicht treffen, ne? Wenn er am Boden liegt oder kickt so ein Pfeil ab, dann ist, glaube ich, ein Wettbewerb. Und wir brauchen unbedingt ein bisschen Heilung. Also das ist ganz, ganz komisch. Aber es ist dennoch sehr, sehr cool. Der beißt den einmal, dann liegt er wieder auf dem Boden. Komm schon. Oh, geht doch. Hülf. Tja. So ein wunderschöner Drache, ne? Kriegen wir jetzt schon wieder seine Macht? Der hat diesmal keinen... Boah. Ne, Farkas weiß Bescheid. Ich bin ein Drachen. Drachensäule aufgenommen. Steigert die Fähigkeit leichte Rüstung. Zwölf Punkte. Das ist natürlich eine coole Pelzrüstung. Ja. Ich würde sagen, hat sich gelohnt. Können wir direkt nochmal zurück nach Weißlauf. Huh. Also... Also die starken Bosse, die haben... Ne? Das ist schon nicht ohne, muss man ja schon dazu sagen. Hä? Prisenheim? Genau, ich wollte gerne reingehen. Das, das ist schon nicht ohne. Achso, Farkas. Das ist mein Zuhause. Hallo Lydia. Wir leben euch, Tane. Dankeschön, Lydia. Ähm, Truhe. Wir sind ja eigentlich gerade auf einer Mission. Deswegen, wir müssen hier die schweren Sachen nicht mitnehmen. So, hier noch eben kurz euch mit reingeschmissen. So, jetzt lass mal eben kurz gucken. Rüstung. Wir verlieren 18 Rüstung. Wir können aber die Pelzrüstung... Ne, dürfen wir auch nicht verbessern, weil die ist ja verzaubert. Ach, Mann. Dann heben wir sie auf. Weil leichte Rüstung plus 12... Das ist eigentlich nicht verkehrt. Heben wir auf. Wir haben gar nicht mehr so viele Pfeile, wenn ich das richtig sehe, ne? Oh, wir sind ganz schön am Verballern mit den Pfeilen. Ja, dann muss das leider einfach noch ein bisschen warten, wenn ich das richtig sehe, ne? Ich möchte gerne, dass du uns die Holzfäller-Axt einmal gibst. Ich möchte gerne, dass du uns... Jetzt müssen wir mal gucken. Ähm, ja, die Eisenbarren gibst. Und am besten... Wie viele nehmen wir mit? 20? 20? Gib uns mal 20. 20 Eisenerz. Dann haben wir... Dann können wir damit Eisenpfeile herstellen. Aber ei, 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 ei. War ja schon ein bisschen unangenehm mit so einem Drachen. Auch wenn wir jetzt die Drachenseele halt haben. Aber es ändert ja nichts daran, dass es dennoch unangenehm gewesen ist. So, Hackholz. Genau. Wir brauchen nämlich das Holz, ähm... Dass wir uns dann Eisenpfeile herstellen können. Also Holz im Allgemeinen immer. Da müssen wir mal gucken, wie viele Pfeile wir kriegen, wenn wir 10 Barren oder was weiß ich dann aufwenden. Dafür ist es ja wenigstens gut. Und wir sollten vielleicht auch... Das ist etwas, was ich die ganze Zeit vergessen habe. Vielleicht mal den Stein auch wieder ändern. Wir haben aktuell ja den Kriegerstein am Laufen. Und wir möchten ja eigentlich lieber ein schleichender Bogenschütze sein, wenn ich das so sage, ne? Können wir noch mehr hacken? Ja, das geht. Okay. Ich denke mal, nochmal hacken werden wir. Und dann sollte das Feuerholz... Hoffe ich jetzt einfach mal reichen. Ja, zwei Feuerholz sind... Wie viele Pfeile? 10? Ah, wir wissen es leider nicht. Ah, die Drachen. Oh je. Da kommen jetzt immer mehr Drachen. Ich meine, es heißt ja nicht umsonst, dass die Drachen zurückgekommen sind. Aber stark. Dann müssen wir uns natürlich noch ein bisschen verbessern. So, ich hoffe, das reicht. Dann laufen wir eben fix runter zur Schmiede. So. So ist es. Dann werden wir hier in aller Ruhe ein paar Eisenbarren... ...uns zusammen tüfteln. Und dann war das ja... Wir müssen dann die Schmiede dafür, ne? Und hier können wir Eisenpfeile produzieren. Ja, das sieht doch gut aus. Das können wir doch machen. Dann haben wir... ...erst mal einiges an Pfeilen. Eisenpfeile, bitte. 24 Pfeile. Das ist... Das ist enorm. Aber finde ich gut. Super. Jetzt haben wir uns erst mal ein paar Pfeile gemacht. ...und sind aufgestiegen in der Schmiedekunst. Ja, 274. Das sollte reichen, oder Fakas? Ich denke schon. Wenn ihr Tränke braucht, solltet ihr bei Arcadia's Kupferkissen vorbeischauen. Ja, da müssen wir auch irgendwann vorbeischauen. Weil, so wie ich das sehe, verballern wir die Heiltränke... ...letztendlich bei solchen Kämpfen wahnsinnig schnell. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Danke, Lydia. Du bist zu nett zu uns. So, Feuerholz kann rein. Boah, wir haben 2800 Gold. Ja. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen. So, wir legen uns natürlich eben schlafen. Jetzt haben wir 8 Uhr. Mach mal ruhig 12 Stunden, dann sind wir ausgeruht. Das sollte ja nicht das große Problem sein. Weil wir wollen natürlich im Hellen rumlaufen. Ich will jetzt nicht hoffen, dass direkt am nächsten Tag dann... Nee, wir müssen noch eine Stunde warten. Äh, jetzt am nächsten Tag direkt der nächste Drache kommt. Oder ist das irgendwie levelabhängig oder so? Eieieiei. So, wir möchten jetzt gerne schnell reisen zur Drachenfeste. Ja. Wir werden uns ein paar Kristalle kaufen. Oder wie sie heißen. Seelensteine. Das Gold haben wir ja letztendlich noch. Ganz schöner Verbrauch hier an Materialien. So, wo ist denn hier unser netter... Bist du wieder in deinem Bereich? Ja, ist er. Der ist gerade selbst an Verzaubern. Hier so einen Seelenstein hätte ich gern. Die göttlichen sind euch heute, mein Freund. Ähm... Ihr wollt also die Arkanen Künste meistern? Ja, so in etwa. Oha, was sind das denn alles für Sachen hier? Ein großer Seelenstein. Hier hätten wir einen, den wir füllen könnten, ne? Also ich hätte jetzt gerne die gewöhnlichen. Eins, zwei, drei. Und dann nehmen wir den großen Seelenstein mit. Dann nehmen wir... Ja, die kleinen Seelensteine können wir auch mitnehmen. Schwache auch. Den großen... Ne, wir haben gar kein Geld mehr. Okay. Hat sich ausgeträumt. Wir haben noch was zum Verkaufen. Okay. Ach nee, wir haben den gekauft. No! Kannst du wieder haben. Jetzt haben wir natürlich dick Minus gemacht, ne? Die Rolle kannst du mal haben. Ich glaube nicht, dass wir die Rolle brauchen. Okay. Jetzt haben wir hier ein paar Seelensteine. Wenn ihr die entsprechende begann. Jetzt gehen wir eben auf unseren Bogen und möchten den mit einem gewöhnlichen Seelenstein auffüllen. Ja, bitte. So. Und dann nochmal mit einem kleinen Seelenstein. Ja, geht doch. So. Und dich bitte hier auch auffüllen. Mit einer gewöhnlichen Seele. Ah! Es sind wir immerhin schon mal wieder verzaubert. Gilt das auch für die Rüstung? Ne, die Rüstung funktioniert so. Wird ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen? Ah, gut. So. Jetzt. Jetzt, meine lieben Zuschauer, sind wir. Sind wir in der Lage, auf Reise zu gehen. Ja, das sind immerhin schon mal ein paar Sachen, die wir jetzt dabei haben, ne? Ja. So. Einmal noch Weißlauf raus. Dann werden wir schnell reisen zu den Wächtersteinen. werden den Diebesstein an uns nehmen, ohne dass hoffentlich irgendwas Schlimmes passiert. Wir hatten ja noch den Kriegerstein, ne? So. Und zwar den Diebesstein möchte ich gerne aktivieren. Der verbessert ja Bogenschießen, Schleichen und alles, was dazu gehört, ne? Genau. Ich danke dir vielmals. Und dann dürfen wir mit der Festung Graumor uns dann in der nächsten Folge dann endlich auf den Weg machen. Ich hoffe, ohne Drachen. Und in dem Sinne, bis dahin.